Prozent Land die Haare hohe Schau so wie die kleinen Mäherz schlafen Ruhm wenn es eine Stunde lang aufgenommen das Schlaubert sind ungefähr vier Freunden Klaa Ja, aber wenn wir das hier oben machen wollen, dann müssen wir den Raum halt viel größer machen. Das steht klar, oder? Nö. Nö? Viel Spaß. Wieso viel Spaß? Wird, wird. Ja. Oh, lol. Oh, lol. I am so scared. Ich mach mal die Decke vom Tempel noch fertig Loool Da oben sind zwei Endermans, zwei Creeper Oh ja Bei denen läuft Was machen wir dann als nächstes, Fluch? Keine Ahnung Überlegen wir uns halt was Machen wir beide wieder was? Können wir schon machen Müssen halt da oben halt noch ausbauen Aber dafür brauchen wir erstmal wieder Walle Ja, und unser Haus fertig Warum gibt euer Haus gar nicht mehr wirklich? Das neue Haus Ja, das macht Spaß Da kommt grad ein Skelett hoch Ich hatte dich! Ey! Ach, du machst es hier Äh, ih, was machst du? Ich weiß, was da reinkommt Pass mal auf Ich sag das, was da hinkommt, okay? Was wohin kommt? Da, neben die Slabs Hä? Neben welchen Slabs denn? Ist ja über diese Streppen da Nein, nein, nein Warte, ist mal da weg Warte, ist mal da weg Der Lück muss anders sein Was sonst sieht man die Erde hinten dran Ey, warum? Und zwar Achso, ich habe da, das sind Stufen Die da hoch gehen Marcel? Ja Könntest du mir Fackeln nach oben bringen? Ich habe Angst, dass du mich noch runterboxt Mach ich nicht Ohne, wenn du mich noch runterboxt Mach ich wirklich nicht Du wirst nicht mehr glücklich im Let's Play Naja, mach ich nicht Und was du erst mit? Ohne, wenn du mich boxtest so ein Enderman runter Nee, gibt's keine Monster Oder Alter, was hat uns gedacht, dass mich hier die ganze Zeit beschießt Hm, ich seh's Haha, das sind einfach nur Freude LOL Diese Enderman, the fuck Ja, weil der brennt Alter Ich war die ganze Ich verpiss mich einfach, tschüss Kommst du hoch? Ja Ja Ich schwör's dir, Mehmet Ich bin oben auf dem Ticken Tu dir mal nichts Falsches Mehmetow hat auf jeden Fall den sichersten Aufgang, wo es gibt Ja Wie komm ich jetzt hoch? Hier ist ne Treppe Ich brauche mehr Ah ja Was hast du gebraucht? Ähm Fackeln und Essen Ja Dankeschön Was machst du wieder rein? Ich weiß es noch nicht Dir fehlt noch der Kopf von dem Chicken, ne? Ja Ja Oh mein Gott, auf den Kopf bin ich gespannt Hahaha Es wird lustig, Alter Kann man ins Chicken Bart springen? Ja Müsst eigentlich funktionieren, ne? Stirbst du da nicht? Ne Wenn man nicht ins ganz flache Wasser springt, nicht Wie geht's denn? Doch, doch, man stirbt da auch nicht Ich hab schon ausprobiert Wöh du es? Ey, ich hätte so gedacht, wenn du jetzt gestorben hast Vor allem jetzt bist du selbst runtergekommen, warum musste ich dann extra hochkommen? bei schwelle holen es macht nur schluss 524 in der Aufwand schiebt das ist schmerzendlich mit einer Karte doch dann war sie haben wir haben gerade zu Black gespielt hier ja, zu Black komm Flo, jetzt 1 gegen 1 nein, fick dich oh, der hat sich einmal in Quatsch die Richtung ist kaputt, das ist kaputt, der ist jetzt vernehmen wir jetzt auch Flo äh, Flo für die 4 Minuten ähm, schon über ne Stunde ok ich hab seit der Stunde, warte zack nochmal gestartet wir können aber gleich aufhören, wenn du wolltest wieso hast du mir schon einen fast kaputten Goldstein gegeben die Krone also wir können aufhören, wenn du wolltest was wer ist das? Sherby kann und vor allem auf so einem Server what the fuck? waf wer ist das? wir nehmen auf wer ist das man? ich weiß nicht, das ist meine Kontaktliste wieso kommt der da einfach drauf, man? alter ok so, ich geh schon wieder, Baby ist man noch da kipp den doch einfach warte, ich weiß aber noch was schreibt lass mal ist grad lustig hä 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 Ah, was? Sing! Ich booste dich da hoch! Der stirbt noch an seiner eigenen Inkompetenz. Ne, was lang ist der, Alter? Sollte, der schwimmt gleich mal ganz da hoch. Achso, wollen wir dann aufhören? Ist mir egal. Flo? Ja, denk schon, oder? Ja, vielleicht nehme ich heute noch was anderes auf. Ich mach's schon mal. Quarz kommt zu mir. Also, ja. Quarz brauche ich noch. Ja. Ja, jo, wartet. Dann stelle ich mich noch kurz in mein Häuschen. Ich gehe noch kurz in mein Häuschen. Mein Mac geht zu seinem Evil Chicken. Ich gehe zum Feuer, was willst du, Alter? Okay. Äh, komm doch zu uns zum nächsten Aufnahmestartplatz. Wahrscheinlich wieder am Samstag, ne? Ich glaube, ich hau dir zur folgenden Samstag alle raus. Äh, der wievielte ist heute? Heute ist der... 26. 26. Der dreiste in sechs Tagen ist... Ne, sieben Tage ist Falle wieder da. Ah, so lange habe ich aufgenommen. Also, die nächste... äh, die nächste Folge kommt dann wahrscheinlich auch noch ohne Malle. Genau. Ja. Nein, weißt du. Aua! Ja, und jo. Fick dich! Der rennt da weg! Ja, natürlich! Ich muss ja zum Wasser. Leute, die Wolken sehen mega geil aus, die ich gerade. Hä? Nein. Ich einfach... Wo war da ein Zombie? Ich glaube, die kommen von der Leiter unten immer hoch. Ich glaube, bei denen läuft. Wer enden wir dann? Mö, kommst du auch hier? Ja. Wenn man da ist, machen wir den Ender-Drag auf jeden Fall, Leute. So. Im F5-Modus. Im F5-Modus. Nein, meine... Fire! This girl is on fire! Okay, Leute, dann sehen wir uns hier wieder. Nächstes Mal zurück zu Let's Play Minecraft. Und... Dann bin ich mal raus und sag ciao, Leute. Ciao. Ciao!